Oshakiv ist eine ukrainische Hafenstadt in der Oblast Mykolajiv mit etwa 13.500 Einwohnern und das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Regions. Geografische Lage Oshakiv liegt an der Schwarzmeerküste bei der Mündung des DNEPR Bugliman und des Beresanliman 59 km südwestlich vom Oblastzentrum Mykolajiv und 67 km östlich von Odessa. Geschichte Oshakiv war eine an der strategisch wichtigen Mündung des DNEPR Bugliman gelegene Festung der Osmanen und trat wiederholt als Schauplatz russisch-osmanischer Auseinandersetzung hervor. Der als Lügenbaron bekannte Münchhausen will bei der Belagerung dieser Festung 1737 im russisch-österreichischen Türkenkrieg seinen berühmten Ritt auf der Kanonenkugel vollführt haben. Konteradmiral Karl Heinrich von Nassau Siegen siegte 1788 in der Seeschlacht vor Oshakiv gegen eine weit überlegene türkische Flotte, worauf die Stadt von den russischen Truppen endgültig erobert werden konnte, Bevölkerungsentwicklung. Quelle 1897 bis 1989 Ab 2001 Persönlichkeiten Evgenia Bogdanovna Bosch Ukrainische Revolutionärin und Politikerin stammt aus Oshakiv. Ausgleichen 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 Ausgleichen